Ja, Hallöchen und Willkommen zurück. Eine neue Folge Arkham Origins. Ach, da ist die Kirche. So, ich wollte doch eigentlich irgendwas machen, ne? Ich wollte doch irgendwas machen. Ich wollte doch irgendwas machen. Ach, ich wollte, genau. Was ist das? Bird? War der nicht hier unten? Ach, der bewegt sich. Achso. Ja, dann machen wir doch mal. Bye, bye, Birdie, bye, bye. Fliegen wir doch mal ein bisschen durch die Gegend. Na komm, na komm. Na, falsch. Gibt's aber so nix mehr für mich zu machen, ne? Ne. Gibt's hier nicht auch noch irgendwie einen Datentypen, Typ B? Ne, gab's hier nicht. Ach Gott, ist da immer weit. Dann rennen wir mal dahin. So, schon besser. So, wir fliegen direkt dahin. Machen direkt erstmal den Turm. Diesmal wissen wir jetzt ja, wie wir das hinkriegen. Aha, das scheint der Ort zu sein. Jetzt muss ich den Kanister finden. Wie du nicht alles findest, Betsy. Wollen wir mal, ob das richtig ist. Das geht. Das scheint zu funktionieren. Ich frag mich immer wieder, wie der Riddler da hingekommen ist. Wie hat der das gemacht? Halte dich von dem Turm fern, Batman. Ich habe etwas zu erledigen. Und du störst dabei nur. Nix da. Ich geh jetzt hier rein und hack den. Ah, da oben ist es auch. Ach, da ist hier sogar wer. Ja, gut. Die habe ich natürlich dabei. Ohne hätte das hier auch nicht... Alter. Funktioniert. Ja, mit Angriffsmoment ist hier wohl nicht, wie es aussieht. Da muss ich wohl gerade durch. Ähm, kann ich noch irgendwas vorbereiten? Ne, überhaupt nix. Ah, verdammt. Ich war nicht schnell genug. Ah, komm schon. Oho-hooo. Oho-hooo. Okay, den habe ich nie auch noch gekriegt, schade. Oh, du bist hartnäckig, das muss man dir lassen. Aber trotzdem kein würdiger Gegner für meinen überlegenen Intellekt, wie du bald feststellen wirst. Mach nur weiter so, Batman, und du wirst es noch sowas von bereuen. Wenn hier alles unter Strom steht, steht die Tür auch unter Strom, oder nur die Außenwände? Oh, die Außenwände, ne? Ja. Aua. Okay, ich darf da nicht dran. Ableiben wir lieber bei kurzen Distanz angriffen, was man dazu nennen kann. Und bam. Hallo, ich habe den noch gerade. So, ach, die ver... Ja. Dann gibt es kein Zurück mehr. Wenn ich du wäre, würde ich umkehren. Ach, Riddler. Halt doch die Klappe. Ich weiß ja gar nicht, was du von mir willst. Hm. Der letzte Turm. Irgendwas hat das ja jetzt hier zu sagen. Ich ahne Schreckliches. Das kann nicht gut gehen. Es wird wahrscheinlich nicht so einfach wie sonst, indem ich das einfach nur hacke. Da wird noch irgendwas kommen. Da kommt noch irgendwas. Oh Gott. Du wirst bereuen. Du musst dich dafür besonders toll halten, Batman. Du hast alle Türe abgeschaltet. Was heißt, dass du meinen Plan vereitelt hast? Bis auf... Oh, halt. Ich habe bereits alle Daten, die ich brauche. Und sobald ich sie hochgeladen habe, hat sie ganz Gotham. Ich habe immer noch Zeit, das zu verhindern. Informationen, Batman. Knochenbrüche verheilen irgendwann. Aber gelassene Fotos, Videos, E-Mails... Der Schaden, den ich damit anrichten kann, wird nie heilen. Wenn ich mein Wissen preisgebe, wird die Stadt zusammenbrechen. Und nichts kann mich daran ändern. Alright. Ah, so kommt man wieder raus. Und ein Relais-Netzwerk gefunden. So, wie komme ich hier raus? Wo ist denn die Tür? Ach hier. Okay. Das ist nice. Das ist nice. Ja, das sieht man halt an. So, jetzt... Wieviel habe ich denn hier noch? Ach, hier sind ja noch einige. Noch genau fünf. Ja, dann machen wir doch mal zuerst Bird. Da sind ganz schön viele Jungs. Aber ich habe alle Funktürme. Das gefällt mir gut. Bye, bye Birdie, bye, bye. Warum bist du so in Angriffshaltung? Batman. Warum ist der so in Angriffshaltung? Und der kämpft doch gegen dir gar keinen. Bewusstlos. Boah, da sind aber auch viele. Let's see. Lauf doch mal normal. Lauf doch mal wie eine normale Fledermaus. Ach, guck mal hier. Die nehmen wir noch mit. Kann man ja mal machen. So zwischendurch. Warum hat der so eine Pose jetzt hier inside? Stehe ich gar nicht, was das soll. Oh ja, da ist Bird. In Cages. Ist auch nochmal ein Datenpaket. Wie viele sind denn da unten, ey? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Stück. Ach, die haben mich schon längst gesehen. Deswegen. Deswegen war der so ein Angriffsmodus. Komm her. Ich hasse dich so sehr. Und Crit. So, ich kann nur einen verhören. Nicht den letzten, sondern genau immer den gleichen. Nimm ich den. Ach, hübschelang. So. Ew. Wo ist der Kanister? Weggeflogen. Du wirst ihn nie finden. Sir. Ihr Anzug hat Spurenelemente eines Gemischs registriert, das zur Venomherstellung verwendet wird. Offenbar waren in den Kanistern Inhaltsstoffe dafür. Ich muss rausfinden, wo sie hingeschafft wurden. Wie wäre es mit einem Scan des Gebiets? Vielleicht haben Sie wichtige Hinweise auf Ihren Aufenthaltsort zurückgelassen. So. Scanne die Umgebung des Kanisters. Alright. Dann scannen wir mal nach Beweisen. Wann haben wir denn hier? Ui. Wie, das war alles? Muss ich nicht tun? Wäre ein bisschen einfach, ne? Was sind das eigentlich für Dinge? Shooter? Stearn beer. So. Wo muss ich hin? So, mein Alibi. Ui. Ich wollte eigentlich das Netzwerkrelais. Ach, guck mal. Da ist es. Ui. Nein. So. Ich frage mich nur, warum Bird nicht mehr hier unten ist. Da war es doch vorher. Verstehe ich nicht. Und wo ist die Mai Alibi? 2. Sehe ich auch nicht. Die müsste dann amüsieren alle sein, ne? Eigentlich. Warte mal. Fallakten. Hä? Hier ist aber auch nichts. Ich verstehe es manchmal nicht. Hier ist die Hölle los. Alle Einheiten wenig im Einsatz. Bis sofort melden. Ah. Bitte! Hör auf! Ich bin nicht der, den du suchst! Nein! 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 Mein Gott. Immer mit der Ruhe, ey. Hm. Achso. Es müsste über mir sein, ne? Irgendwo. Ah, da. Direkt. Sack. Und bitte einmal abrollen. Seilrutsche! Juhu! Yay! Und direkt da rein. Kabam. Nice. Huch! Hilfe! Jetzt kann ich aber, glaube ich, die Dinge sehen, ne? Hallo, darum geht's gar nicht. Wolf, die Karte gucken. Oder auch nicht. Hier ist noch so ein Händler. Ah, hier unten muss ich hin. Hier ist Bird. Warum immer der da ist. Hier ist noch... Warte mal, wie viel hab ich denn noch? Ich hab noch... Einen hiervon. Hier ist keiner mehr. Hier ist noch... Da sind noch zwei. Da sind nur noch zwei. Guck mal, sieh mal leider an. Ja, da muss ich mir die jetzt nochmal eben, die ganzen Dinge nochmal eben holen. Das tut mir jetzt leid. Aber das muss ich jetzt machen. Da bietet sich jetzt an. Die nochmal eben schnell mitzunehmen. So, wo bin ich jetzt genau? Genau hier. Hier. Das heißt, ich muss da drüben hin. Da unten wahrscheinlich. Ach komm. Die nehmen wir noch mit. Ah, jetzt hat er das schon wieder hochgekommen. Oh, der hat eine Waffe. Die haben beide Waffen. Komm. Und tschüss. So, ihr wart zwar nur kleine Fische, aber ist ja egal. Hier ist die Dolphinbar oder was? So, wo wollte ich hin? Ich wollte da hin. Dann muss ich in die andere Richtung. Jetzt bestimmt wieder ein 10-10 gleich. So, machen wir die mal alle weg. Dann haben wir keine mehr, ne? Dann haben wir alle... Dann haben wir jedes einzelne Netzwerk-Relais. Das ist gut. Ich weiß zwar nicht, wie viel Prozent das jetzt... ...wert ist im Endeffekt. Hm. Rückgenommen. Und ihn damit erschossen. Was sollen wir denn dann machen? Was auch immer Cobblepot will, schätze ich. Würde ich auch mal vorschlagen, erstmal. Ist erstmal nicht die schlechteste Idee, sich... ...dran zu halten, was Cobblepot von einem will. Sonst ist das erstmal blöd für den, ne? Ich sag mal, wenn du jetzt nur so ein 0815-Gangster bist, dann sollte man das vielleicht tun. Ach, hier bin ich. Und der letzte. Yes. 10 von 10. Stufenanstieg. Ich hab sie alle. Kehre zu dem Imas HQ zurück, um seinen Server zu deaktivieren. Das könnten wir eigentlich auch machen. Hui. 15.000 XP gehabt das. Krass. Und Stufenanstieg. Bazinga. So. Nachkampfverbesserung abgeschlossen. Geil. Hier leider... Hier kann man nicht abschließen. Weil... Hier ist eh immer das Gleiche. Hier kann man aber noch ausschalten. Und hier kann man nur bekommen, indem man andere sagt, freischaltet. So. Ich wollte hier diese geilen Bomb-Dinger haben, ne? Deswegen leeren wir jetzt das. So. Das heißt, wir müssen jetzt zu Nygma ins Hauptquartier. Nygmas Hauptquartier ist genau hier. Ich müsste aber eigentlich vorher nochmal mich hier absetzen und den einen Typen im Stahlwerk mir holen. Und dann die anderen beiden noch. So lange geht die Folge zwar nicht mehr, aber ist egal. Ich mach jetzt mal Sidequests. Ich mach eh die ganze Zeit Sidequests. Aber ich hab gerade... Letzte Folge hab ich Hauptquests gemacht. Leute. Hauptquests. Habt ihr gesehen, ne? Mit Bane. Ich mach eigentlich nur Nebenquests. Aber in dem Spiel kommst du echt nie zu irgendwas, weil in jeder Ecke irgendwas anderes ist. Das ist echt richtig krass. Das hier ist eine Geiselnahme. Huch. So. Ich würd gern da hin. Leute. Geht in Position und wartet auf meine Befehle. Provoiert oder greift den Verdächtigen nicht an. Er hat Geiseln auf dem unteren Bereich der Brücke. Geht einfach in Position. Ich muss Firefly von der Brücke weglocken, damit ich mich nähern kann. Alter, was hier los ist. Äh, bitte was? Bitte was? Flugroutes Batwing? Hä? Was hab ich gemacht? Alter. Hergehört! Batman ist hier! Wenn nur einer dieser scheiß Bullen einen Fuß auf diese Brücke setzt, macht sich scharf! Wir jagen sie alle auf! Juhu! Gordon würde nie eine Stürmung befehlen, wenn er von Fireflies Bomben wüsste. Ich muss ihn aufhalten, bevor er in eine Falle läuft. Zentrale, hier ist Marine 4. Wo ist der taktische Kommandoposten? Wir sollen Gordon Berichterstattern. Wieso bin ich jetzt aber immer hier? Hier wollte ich überhaupt nicht hin. Dort sollen das. Ich wollte doch das Ding hinterholen. Was war denn das jetzt für ein Scheiß? Aber das hätte jetzt ja auch nicht sein müssen. Das war jetzt irgendwie strange. PKP ist am mittleren Pfeiler am Fundament der Brücke. Wir sind hier. Ich schicke Gordon das Wort da rein und dann können wir heim. Nee, Mann, das willst du nicht. Wer ist hier? Tja, man dürfte es nicht sein! Bis ich die Male erst verkrübeln muss. Oh, kann der einen her. Aber das hört sich? Nase, ich schicke! Ich schicke dich! Wir sind schnell wieder. Komm schon, lass mich den nochmal verprügeln hier. Na, geht doch. Wee, noch das Bein weggezogen. Haha, mit dem Crit. Aua, das hat weggetan. Was war das jetzt für ein toller Trick? Wofür habe ich das jetzt gemacht? Weiß auch keiner, ne? Fass zu Firefly. Einfache Gleitübung. Ja, und wie soll ich den jetzt fassen? Die Nase. How the hell do I do that? Who ist denn Mr. Gordon? Mr. Police Commissioner. Hä, verstehe ich nicht. Ich will, dass ich einen Verdächtigen da habe. mein eigentliches Vorhaben durchführen. Verzichtbare Einheiten warten Sie auf Start- und Update zu potenziellen Einsätzen. Ich muss runter zum Fundament des mittleren Pfeilers. Da werde ich Gordon finden. Ja, ja, erzähl doch nichts. Ist ja doch kein Scheiß, Junge. Hey, das ist unser Revier. Du und deine Crew solltet euch verpissen. Ach, Glitter. Wir sind hier, um es zu übernehmen. Nur über meine Leiche. Was ist ja gar nicht schon mit los? Sollen wir uns die mal vorknüpfen, oder sollen die sich selber kloppen? Huch. Der hat's geworfen. Tja, mach ich da jetzt was? Der ist schneller, als er aussieht. Damit kann ich was. Hier. Mann. Verdammter Arsch mit dem Messer. Was ist denn hier los? So, erstmal wieder sammeln. Ich schaue dir Zeit, ich bin hierher. Ich schaue dir Zeit, ich bin hierher. Mann. Was mache ich denn hier? Komm, da. Jetzt aber nicht. Nehme ich halt so. Da macht er nichts mehr. So, geht doch. So, und ich mache an dieser Stelle jetzt tatsächlich mal einen Folgestopp. Weil die ist nämlich schon wieder überlänge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit Firefly, denke ich mal. Macht's gut. Tschüss.